Ich leite intensive Persönlichkeitsseminare, die ziemlich ungewöhnlich sind und ziemlich anstrengend. Zweieinhalb Tage, nur sechs Teilnehmer und ein Coach. Meine Seminare sind aber auch sehr wirksam. Zu mir kommen Menschen, die ein größeres berufliches oder privates Problem haben und die schon viel versucht haben, um es zu lösen. Lange nachgedacht, Bücher gelesen, Freunde gefragt und dadurch viele Tipps und Ratschläge bekommen. Nur genützt hat es nichts. Das Problem haben sie nach wie vor. Solche Menschen kommen dann in meine Persönlichkeitsseminare. Die sind ganz anders aufgebaut als 95% aller Seminare. Also keine Theorievorträge, keine Rollenspiele, keine Übungen, sondern ein individueller Coachingprozess für jeden Teilnehmer. Und deshalb finden wir in zweieinhalb Tagen die Lösung für ihr Problem. Und zwar dort, wo sie noch nie gesucht haben. Garantiert. Wie das geht, lesen Sie auf www.seminare4u.de www.seminare4u.de